Ja, weiter geht's mit Fotografieren mit dem Smartphone und ein gemütlicher Spaziergang im Wald mitnehmen irgendwo. Voll genial. Und ja, eines der Themen, das ich dir zeigen möchte oder nahelegen möchte, ist, geh mit offenen Augen durch die Gegend. Unglaublich. Also wir sind hier gerade spazieren, mitten im Wald, wie schon gesagt, und auf einmal das. Ja, der alte Käfer liegt hier mitten im Wald. War früher so. Und ja, jetzt werde ich hier ein paar Fotos machen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.